Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin es wieder der Jesse und habe ich Totenbeschwörer gehört? Ich glaube ich habe Totenbeschwörer gehört. Wie erst einmal eine neue Negroskillung, Best Build, auch für diverse Speedmeters und alles drum und dran geeignet, dann seid ihr hier genau richtig. Also wir fangen vielleicht mal ein bisschen weiter vorne an. Im Hintergrund seht ihr wie immer ein bisschen Gameplay, bedeutet also mal einen Greater Rift im Solo. Wir werden auch noch in das Gruppenspiel rüber switchen, aber was mal wichtiger ist, es ist eine neue Skillung. Also für alle, die früher mal Rathmas gespielt haben, die den Totenbeschwörer so spielen möchten, wie er ursprünglich auch gedacht war, das Haus ist ein Haufen Begleiter, das heißt mächtige Cooldowns und das heißt, wenn ihr auf eine Taste drückt, dann knallt es hier richtig und die Gegner werden einfach umgerannt, dann seid ihr hier mehr oder weniger genau richtig bei dem neuen Best Build vom Negros für Season 25. Mit dem geänderten Rathmas-Set, da möchte ich ganz kurz ausholen, hier wurde der Damage einfach im 6er-Set-Boni, glaube ich war es, deutlich erhöht. Das heißt also, wenn wir jetzt unsere Armee losschicken, ja, dann knallt es richtig, das werdet ihr auch später sehen. Also wenn wir mal kurz rüber switchen, vielleicht in das Gruppenplay, da seht ihr es, ihr seht es jetzt aus meiner Supporter-Sicht, ich habe einen Support-Barb gespielt, der Rolanden-Support-Dämonenjäger und die anderen zwei jeweils die Rathmas-Nekros. Wir haben diverse Skillungen durchprobiert, also nicht nur diverse Setups, sondern auch hier mal auf Physical Damage und mal auf Gift Damage gespielt im Best Build. Da gibt es ein paar Variationen, das heißt also für die Leute, die dann einmal noch im High-End-Game mit 2, 3, 4, 5.000 Paragon diverse Optimierungen vornehmen möchten, indem sie vielleicht auf ein anderes Element wechseln, da seid ihr hier auch genau richtig. Aber prinzipiell, wir stürmen voran, ihr seht im Hintergrund, das waren 138er Rift oder so in der Speed-Variante, ja, wir treiben die Mobs zusammen, die Totenbeschwörer schicken ihre Bengels rein und die Sache hat sich erledigt. Vor allem richtig stark auch bei diversen Single-Bossen, so wie eben ein Rift-Guardian, wenn die nämlich hier reinknallt, die Armee der Toten, dann, ja, hat sich die Sache relativ schnell erledigt. Man muss jetzt Folgendes noch dazu sagen, warum die ganze Skillung so gut funktioniert, unterliegt auch dem Season-Thema von Season 25. Das sind nämlich die sogenannten Soul Shards, also auf Deutsch heißt es die Seelensplitter. Da gibt es sieben Stück und einer davon ist eben einer, welcher dafür sorgt, dass der Cooldown reduziert wird. Und dann seid ihr beim Neko natürlich wieder richtig stark dabei, weil reduzierter Cooldown bedeutet natürlich auch automatisch mehr oder öfter die Armee der Toten. Aber die heißt also, die ganzen Begleiter, die hier so rumlaufen, ihr seht ja, wir haben ja 17 Pads oder sowas mit den Wiederbelebten, das ist mehr oder weniger zwar nice to have, aber der richtige Schaden knallt natürlich aus der Armee der Toten. Und dementsprechend ist dann die Cooldown Reduction, welche über den Seelensplitter kommt, obwohl es schon genervt wurde, das muss man noch dazu sagen, obwohl es in der Testphase auch schon abgeschwächt wurde und so weiter, ist es immer noch so stark, dass die Uptime dementsprechend noch sehr, sehr groß ist und dementsprechend sich das Ganze auch wunderbar spielen lässt, egal ob ihr da jetzt solo unterwegs seid oder ob ihr das Ganze eben in der Gruppe macht. Also das sind viele Variationen, viele Einsatzmöglichkeiten und das ist auch eine Spielweise, die es seit etwas längerem in Diablo jetzt nicht mehr gab. Das war ganz am Anfang, war das mal ein Thema, das Radma Set. Die Radma Ones, die wurden ja schon über die letzten Seasons immer nur in einer Elodie-Variante gespielt, nie mit dem Set, aber jetzt kommt das Ganze ein bisschen zurück. Und ich finde, es lässt sich auch ganz gut spielen und das schaut auch ganz gut aus. Also das Feedback war durchgehend positiv, was natürlich ein bisschen negativ ist, unter Anführungszeichen, ihr braucht dementsprechend mal das Gear. Heißt also am Anfang, so ein Radma Set zu farmen ist kein Problem, aber ihr braucht noch zusätzlich das Captain Set, ihr braucht das Waffenset und dann, wenn ihr die ganzen Sets mal dabei habt, dann knallt das Ganze hier eben richtig. Spielweise, technisch ist es ein bisschen viel rumgelaufen. Es ist auch immer so ein bisschen eine Positionierungsgeschichte, vor allem wenn ihr eben eure Armee ziehen wollt, dass ihr praktisch die Gegner ein Gut in der Mitte habt, dass ihr hier einen guten Aufbau habt, immer ein bisschen darauf aufzupassen, dass ihr nirgendwo reinsteppt. Die Zähigkeit ist jetzt nicht die schlechteste, aber es ist halt immer noch ein Totenbeschwörer und da muss man auf jeden Fall auch immer ein kleines Auge drauf haben, wie es denn lebenstechnisch aussieht. Eine kleine Anmerkung, bevor wir jetzt auf die Talente und die Items gehen, bei den Seelensplitter bitte nicht vergessen, ich habe es euch im Guide unterhalb verlinkt und dazu geschrieben, es gibt die Seelensplitter in 21 Variationen, also es sind zwar nur sieben Splitter, aber jeder Splitter kann mit drei unterschiedlichen Talenten rollen und mit ganz viel Waffenrolls, also das heißt, ihr benötigt natürlich ein spezielles Setup bei diesen Seelensplitter, das heißt, ihr werdet das Ganze auch ein bisschen öfter farmen müssen. Die Seelensplitter sind so overpowered, dass sie auch schon in der schlechtestmöglich gerollten Version besser sind als ein herkömmlicher GEM, aber mehr dazu schauen wir uns jetzt gleich nochmal ein bisschen im Detail an. Switchen wir mal rüber zu den Skills, lasst uns mal einfach mit den Skills beginnen. Was haben wir denn hier mehr oder weniger drin? Land der Toten natürlich mit Bestländer, ihr seht im Video ist das Englisch, weil der Testserver ist nur mehr auf Englisch, die Sachen werden nur mehr in finalen Version übersetzt, also ich habe euch das unterhalb im schriftlichen Guide natürlich mit den deutschen Talenten und Items so weiter verlinkt, da könnt ihr sonst in Ruhe nachschauen. Dann, wie gesagt, Land der Toten mit Bestländer, Armee der Toten mit dem toxischer Griff ist hier dabei, die blutigen Pfade mit Kraft des Blutes, das dient auch zur Positionierung und für die etwas schnellere Fortbewegung. Skelette befehlen mit Raserei, das ist ganz wichtig für das Waffenset, welches wir nutzen, damit wir die auch immer wieder mal losschicken können, damit die Bengals hier mehr Damage machen über das Waffenset, reanimieren mit unheimlicher Wiederkehr und natürlich die Knochenrüstung mit Verrenkung, um das Ganze von den primären Talenten ein bisschen abzurunden. Sekundär ist wieder ein bisschen Auswahl möglich, kraftbringender Tod, letzter Dienst, letzter Dienst ist das Napptalent, da sage ich immer dazu, auch wenn ihr Solo spielt, nehmt lieber beide Napptalente mit, sicher ist sicher, weil in den höheren Wölfstack knallt es einfach teilweise richtig, ein grausiger Tribut und dunkle Ernte wären dann noch die verbleibenden Sachen, welche wir hier mithaben. Dann switchen wir rüber, Kanaiswürfel, einerseits mal die Sense mit den Giftfähigkeiten, das ist auch schon der Hinweis, es wird alles auf Gift gespielt, überall wo Gift drauf geht, Gifttalente wird natürlich mitgenommen, der Kopf, was den Armee der Totendamage erhöht und dann ganz ganz wichtig, der Prunkring, bedeutet also die Totenbeschwörer in Season 25, viel Spaß beim Akt 1 Farmen für den Prunkring, den braucht ihr, um die ganzen Setboni abzurunden. Das Waffenset, was wir schon hatten, kombiniert mit einem vollen oder fast vollen Ratmaset, also wir können ja fünf Teile von Ratmas anziehen, zwei Teile nehmen wir vom Captain Set, das Captain Set ist auch wieder so ein Rezept Drop, das heißt also das Kampf aus den Bounties oder kommt meistens aus den Bounties oder wenn ihr vielleicht den ein oder anderen Goblin jagt, da sollte das auch dabei sein. Zusammenkunft der Elemente als Ring, natürlich dazu noch den Krypten für mehr, wenn die Gegner gestunt sind, das wird eh meistens über die Armee der Toten und so weiter gemacht, da können wir das noch dazu nehmen, dann haben wir hier noch die Armschienen, die wären noch wichtig, weil die auch einfach den Damage dementsprechend erhöhen und dann haben wir noch eine Krümelchens-Halskette. Eine Krümelchens-Halskette, das ist immer so eine Geschichte, weil wenn ihr natürlich Schaden kriegt, kriegt ihr richtig viel Schaden und dafür habt ihr aber 100% mehr, wenn ihr das nicht bekommt. Also wenn genügend CC wird und mit ein bisschen, sage ich mal so, mit ein bisschen Übung sollte das Ganze ganz gut funktionieren. Mit ein bisschen Übung heißt, nicht jeden Schuss abkriegen, weil sonst ist die Uptime von Krümelchens zu gering. Solltet ihr aber da Probleme haben, wäre auch eine Alternative, einfach eine andere Halskette anzuziehen. Vielleicht eine der Resi-Halsketten, dass ihr gegen Gift oder so komplett immun seid. Das ist natürlich hier auch ein guter Vorgang, sage ich mal, beziehungsweise eine gute Möglichkeit, um einfach auch Schaden rauszunehmen. Ja Freunde, und jetzt habt ihr es fast geschafft. Was vielleicht noch eine wichtige Anmerkung ist, sind die legendären Edelsteine, Verderben der Gefangenen, Verderben der Mächtigen und Zeiss Stein der Rache, weil Zeiss berechnet ja immer die Entfernung von uns praktisch zum Gegner. Und man darf jetzt hier nicht vergessen, dass das Ganze mit den kleineren Multipliern auch schon mega stark ist. Verderben der Mächtigen könnte gegebenenfalls in dem Greater Rift, wenn der Guardian zu lange dauert, gegen den Geschlagenen ausgetauscht oder gewechselt werden, wenn es denn notwendig ist. In der Testphase war es nicht notwendig, denn Eko konnte auch so einfach den Rift Guardian umlaufen. So, meine Damen und Herren, das war es jetzt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Einen Daumen rauf. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, bitte in die Kommentarfunktion. Und jetzt wünsche ich euch natürlich wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.